Ich glaub, das trainieren wir noch. Luca, komm, hol dir den. Hä? Hm, hätte er durchgeschossen. Hat der auch. Hat die Mitte durchgegeben? Ja! Der Till! Über der Till! Guck da oben! Ja, da oben steht der. Da! Genau da! Geh rückwärts zurück und dann siehst du den. Rechts, weiter rechts. Er ist über der Pommesbude. Da oben wird der andere Seite. Der war nicht da, wo es mir angesagt wurde. Der war bestimmt noch. Der ist hintergesprungen. Luca, wo warst du eigentlich? Du warst schon tot. Ja! Ich hab jetzt eine AWP. Ja! Hehehe! Hey! Hm! Wer findet ihr? Ich glaub, ich werf die Bombe immer weg. Passt sie. Kann mal einer mit außen. Wir gehen außen jetzt. Ich geh in. Ah, ich bleib bei dem Bob. Bei dem Bob. Ja, ich bin Zweiter. Ja, ich bin Vierter. Ja, ich bin Vierter. Pio! Hehehe! Außen. Außen. Du, K.O. warnt ja. Oh Gott, wer werfen so ne flächige Team? Da haben wir zwei. Wieso seid ihr nicht einfach außen alle mitgekommen? Wir hätten die da alle weggeholt. Ich war außen. Ja, aber du warst der Einzige. Bleib bei Luca, der ist nur ein Führer. Ja, wirklich. Ja, das ist alles andere... als Teamplay sag ich mal. So gewinnen wir das Game nicht. Wär der Parry nicht so schlecht, ja? 18, 16. Apoll. Das Parry war der Einzige, die wir gerade im Kind gespielt haben Luca. Geht meine Oma ja besser! Aber das Luca besser ist als Parry, nicht auch da, tue ich. Hehehe! Hehehe! Block, 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 block noch mehr bitte, block, bitte noch mehr. Doch, geht nicht, wenn. Stefft, mach... Oh, das war einer von uns, die Blendgranate. Ne, das war ein Gegner blind. Ne, ne, das war dieser Haus-MO. Lobby. Nice, Barry, nice. Warte, warte, ich mach das noch. Boah, Luca, geh mich los, jetzt nicht auf die AR. Okay, tut mir leid. Ich mach das noch. Jaaaa, er macht die Tür auf und der verarscht nicht. Hm, richtiger Verarscher ist das. Tür, so wahr, so wahr, Tür. So wahr. Ich versuch nochmal aus. Ich bin der Bombe gefolgt. Aber ich hab ja die Bombe gefolgt. Aber ich hab ja die Bombe gefolgt. Kannst du dich hier ducken? Kannst du dich hier ducken? Hier. Willi! Luca. Ich will nehmen mal die Bombe. Ja, Luca. Beim Aufnehmen der Bombe bin ich gestorben. Ich hab die direkt vor den Gegner geworfen, Mars. Der Hölle ist nur grappled. Cool, ich hab ja die Bombe zu nehmen. Schwirr? Der Hölle ist, dass er jetzt zündlich Maynmissements gibt. Aber praktischer B nationen ist, wie ist er noch mal los? Ja, Yoo, Leute. Wo war die Bombe? Oh, dass er hinbestimmt? Ne Lobby Oh mein Gott er stand noch da drin Dann hat meine Nade ihn sogar Acht Schaden hab ich noch mit der Nade Denk lieber mit der Shotgun ne? Der zieht uns ab Der ist richtig scheiße Der nervt mich richtig Dieser Silver Er weiß einfach so Er weiß einfach wie man mit der Shotgun killt Er spielt einfach nur mit der Shotgun Ah Er weiß auch wie man sich spielt Er weiß auch wie man sich spielt Man trifft ja nur jetzt Nicht so kill Wenn man da mit dem Team Carried Dann kann man so viel spielen Ich weiß noch nicht denn ich kann nicht Nein Der schießt ab Perl und trifft mich Ich Ich weiß ja dass ich scheiße bin von da Ja Wie sagt denn sowas? Ja ich Mutsch HWP ist da Noch einer da Wer hat die Bombe? Ich Ich komm link Auf A ne ja Blatt up blatt up blatt up Einer war vorraum Ich bin über dir Ich hab aber AWP Kannst du Pommes gucken? Jojo, ich guck Mach du da, ich guck Der letzte ist bei mir irgendwo hier Die sind bei B, bei Rampe und so Dann stehen die grad eben auf B Gucken auf den Boden und fragen Wie kann ich denn schärfen? Mit diesem Jojo Jetzt Come back Leute hier Ey da ist ein Antipack angefahren Come back, wir waren noch nie weg Ich hatte das Gefühl, dass wir zwischendurch waren Nein, nein, nein So sechs Stunden in Folge verloren haben Aber jetzt gehts wieder bergauf Deutschland Viertelfinale Bis das Video kommt Deutschland wahrscheinlich schon im Finale Ist so, ich hab noch gar nicht den Franzosen gratuliert Dass die verloren haben Ja, aber, Benzema war mega stark wieder Boah, ich bin voll geflasht Oh, die haben die Lobby-Garage Wir waren da bei mir Ich weiß nicht wer da hundertmal Super, wir haben nicht geflasht Links oben und unten steht der Der links oben hätte ich gehabt, wenn ich nicht geflasht wäre Ich hab dich nicht geflasht Ich hab dich nicht geflasht Aber du hast mich gerade geblockt Nice Ich bin gar keinem geflasht Bei allem, bei der Leiter Jodica, Jodica, Jodica Jodica Da war noch einer, noch einer, noch einer Schieß, schieß, hinterher, hinterher, hinterher Hinterher, hinterher, hinterher Da ist er, Luca, los Los, Luca, den hast du Was ist er für runter springen müssen Ich hab trotzdem Angst Ja, wenn ich den Schuss nicht getroffen hätte, wär ich tot gewesen Ui 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 Entschuldigung Ui 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 Ja Uこちら U Spass U Và лен U U Ty Gip Haha N W Ich habe heute Geburtstag gekostet, bis dann bleibt es eine Missgeburt. Du bist die Missgeburt, dass du ja nicht alleine hochkommst. Versuch's, zwei AWP's. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab 31 Damage gemacht. Beide Down. Ich weiß nicht, wo die Waffen von denen sind. Das ist ja auch gewesen.